Guten Morgen an alle Leute, die mir hier sehr intensiv geholfen haben. Ich habe mir eine wunderbare Nacht gut geholfen. Ich möchte mich ganz herzlich bei der Kameraden bedanken, die bei der Höhle hier mitbeteiligt haben. Das war doch eine sehr große Aktion. Es war eigentlich recht gut, ich bin zufrieden. In der Sprache haben wir ein bisschen Probleme, aber es sind auf der anderen Seite auch Regeln und Vorteile. Auf der anderen Seite, damit man sich abholen kann von der ganzen Aktion.